Hallo liebe Kaffee-Liebhaber! Ich habe mich wirklich auf das Video heute gefreut, weil ich habe viele Monate gebettelt bei Faima, dass ich eine Faimina bekomme, um sie mal zu testen und zu schauen, wie sie denn mit italienischem Kaffee performt. Ich meine, das Sinnbild italienischem Kaffees ist die Firma Faima. Bekannt für Faima E61 und das ist ihr neuerster Zwerg, die Faimina. So klein ist sie nicht, aber was sie so alles kann und was sich da erwarten kann. Dazu gleich mehr. Faima ist ja vorwiegend einmal bekannt für die Faima E61. Das ist eine Brühgruppe, die sehr ähnlich zu dieser hier ausschaut. Sie werden sich jetzt denken, aber das ist eine Lelit Mara X und ich sage ja, das ist eine Lelit Mara X und die Brühgruppe heißt L58E, sagt Lelit. Im Endeffekt ist es eine Faima E61, die modifiziert wurde ein bisschen und ihr werdet diese Art der Brühgruppe in den meisten kleineren Espresso-Maschinen auch für zu Hause finden. Es ist extrem gängig, ob ECM, ob Profitec, ob Lelit, ob Rocket. Es ist eine E61 mehr oder weniger modifiziert und manchmal ändern sie gerne den Namen. Aber das hier ist das Baby, mit dem alles bei Faima begonnen hat. Und das ist das Baby, wo es jetzt hingegangen ist. Und das schauen wir uns heute mal ganz genau an. Die Faima E61 war ja eine der ersten Maschinen mit einer Pumpe und die hat es ermöglicht, auch wirklich regelmäßig saubere Bezüge zu machen. Dann kam natürlich noch das Zweikreissystem dazu und die Präinfusion und so weiter. Das sind alle Sachen, die heutzutage fast schon Standard sind und wo ich denke, das habe ich in meiner Maschine zu Hause auch. Was gibt es noch mehr, was ich haben wollen würde? Und es gibt so eine Liste, die auch ich habe, wo ich sage, das hätte ich gerne in meiner Kaffeemaschine zu Hause. Das wäre doch super, aber und das aber ist dann meistens Preisgröße oder es gibt es nicht einmal. Diese Maschine erfüllt so gut wie alle Punkte, die mir einfallen würden und in der Hinsicht wahnsinnig interessant. Mir überlegt, wo ich jetzt anfange, aber ich gehe jetzt mal zu die Hauptpunkte durch, die diese Maschine, die Faima E61 kann, die ihr vielleicht bei einer kleineren Maschine so zu Hause nicht seht. Fangen wir mal mit dem Siebträger an. Ich fange immer gerne mit dem Siebträger an, weil den habt ihr ja jeden Tag in der Hand und der Siebträger von der Faimina ist voll Edelstahl und generell bei Faima könnt ihr das jetzt sehen, wenn ihr auf das Logo von Faima schaut und das gelasert ist, ist das ein Edelstahl-Siebträger. Edelstahl-Siebträger schmeckt nicht besser oder macht einen großen Unterschied, aber das Kaffeefett lässt sich so gut wegreinigen. Das heißt, der bleibt fast von alleine sauber. Wenn ihr den mit Wassertuch spülst und einmal abwischt, ist er sauber und zwar auch noch nach Jahren und das ist, finde ich, einfach ein Genuss. Das ist mal Nummer eins, wo ich sage, ja, das ist was, da merkt man gleich, auf welchem Level wir unterwegs sind. Ich muss ehrlich sagen, wir sind hier auf einem ganz, ganz hohen Level, was Preis und natürlich auch Qualität angeht. Der Oberschmee, das was sie einfach anders macht, was kann sie? Sie heißt ein Dual Boiler, in der Preisklasse, bei der die Maschine unterwegs ist, wir reden über 5.000 Euro plus, ist das eigentlich schon Standard. Ich habe viel Dampf-Power, ja, ich habe Kohltat-Stanzen, ja, aber jetzt kommen die Sachen, die ich so nicht immer sehe. Ich habe eine Volumetrik, die sich verdammt gut steuern lässt, darum, das bedeutet, ich habe immer gleich viel Kaffee in der Tasse und zwar auf Knopfdruck. Ich kann halt richtig rausarbeiten, wie in der Gastronomie. Das ist ja auch die Brühgruppe, die Faima in ihren großen Gastro-Maschinen verbaut und das ist genau die gleiche Brühgruppe, die ist ausgelebt für den Workflow. Ich habe meine drei Tasten, meine Einzelkaffee, meine Endlos, meine Doppelkaffee, ich kann sogar Filterkaffee mit der machen, also Brew-Over und auch Tee zum Beispiel beziehen aus der Brühgruppe. Und ich habe eine Volumetrik auch, kleines feines Detail, was ich heiß liebe, wenn wir es dann benutzen, das sehen wir dann gleich, mit der ich auch die Menge von Wasserabgabe einstellen kann. Über die Zeit gesteuert, aber das funktioniert ziemlich gut. Ich kann die Wasserausgabe steuern, nicht die Wassertemperatur, aber die Wasserausgabe. Ich kann die Wassertemperatur hier natürlich beeinflussen für den Kaffee, ziemlich genau, das ist eine super Geschichte. Und ich habe dann auch bei der Extraktion am Display ein paar Sachen, die ich wirklich toll finde, aber das schauen wir uns dann nachher an. Dampfpower bei der Maschine, ganz was Tolles. Generell bei Faima sage ich immer, die haben ziemlich viel Power und weil sie auch aus der Gastronomie kommen, ich muss mich daran gewöhnen, mit so viel Power umzugehen. Und dann liebe ich es heiß. Ich habe hier den Kurztouch für Flasch, das ist 50% Leistung, wenn ich es dann nach oben mache. Da bleibt es nach oben, da gibt es volle Leistung. Da geht es ordentlich zur Sache. Da muss ich schauen, dass alles im Kandel bleibt und wenn ich das gut hinbekomme, habe ich verdammt schnell richtig guten Milchschaum. Das machen wir nachher natürlich auch. Aber was haben wir hier noch? Wir haben eine Schale hier, die ich in der Höhe verstellen kann. Ich zeige euch das einmal. Das heißt, ich kann jetzt zwei verschiedene Höhen haben. Das hat natürlich den Sinn, dass ich, wenn ich meinen Filterkaffee damit machen will, wenn ich da wirklich filteren will, das gut drunter bekomme. Oder so eine Unart aus meiner Sicht, wenn ich eine große Taste drunter stellen muss, funktioniert das natürlich wunderbar. Aber ich kann es auch einfach hier höher stellen und habe hier weniger Abstand. Das ist natürlich auch sehr angenehm. Was wirklich gut durchdacht ist und was für zu Hause, finde ich, bei so einer großen, schweren Maschine schon wichtig ist, wenn ich keinen Fixwasseranschluss habe. Und die Maschine kann mit Fixwasser und Abfluss natürlich umgehen. Ich kann sie fix anhängen. Superschöne Geschichte. Wird auch natürlich empfohlen. Aber wenn ich das nicht habe, das geht manchmal einfach nicht. Ich spreche aus Erfahrung, habe ich einen Wassertank, der von vorne zugänglich ist. Das heißt, ich nehme die Schale raus und habe hier den Wassertank drinnen. Den kann ich so rausziehen und auffüllen. Und dann wieder reinschieben und fertig. Ein bisschen ähnlich zu Lama Zocco würde ich sagen. Das ist natürlich extrem praktisch, dass ich den Wassertank von vorne befüllen kann, ohne die Maschine irgendwie rausziehen zu müssen oder zu versuchen, oben einzufüllen, wenn ich Hochkasten habe. In der Hinsicht funktioniert das natürlich perfekt zu Hause und ist dafür genau richtig auch für den Heimgebrauch. Aber wo ich glaube, dass diese Maschine perfekt hinbaast ist für Büros, für Studios, für zu Hause, ja. Aber eigentlich ist sie halt ausgelegt, um richtig viel Kaffee konstant zu machen. Weil wir müssen ehrlich sagen, einen guten Kaffee machen, das können viele und das können auch viele Maschinen. Aber viele hintereinander konstant gut, wo die Qualität gleich bleibt, wo ich auch nicht immer auf alles manuell achten muss, weil mir die Maschine eben zum Beispiel über die Volumetrik wahnsinnig viel abnimmt. Das können wenige. Und ich meine, die Maschine gibt es auch mit einem Turbo-Steam, wo ich einfach nur das Kandel drunter stelle und einen Knopf drücke und ich habe perfekt Milchschaum. Und das ist dann fast wie in der Großbäckerei, wo sie einen Kaffee nach dem anderen rausschießen. Und das ist eine super Geschichte, auch für eben Bürosettings, wo ich eine Maschine suche, die das alles erfüllen kann und dann auch gut in der Tasse schmeckt. Und ich kann euch jetzt schon verraten, ich habe sie verkostet und ja, es ist eine italienische Maschine. Sie mag italienischen Kaffee, die Extraktion ist entsprechend genial. Gut. Und jetzt gehen wir mal zum Wichtigsten. Machen wir mal einen Kaffee, oder? Ah, eins noch. Fangen wir loslegen. Natürlich, wie jede Maschine heutzutage, hat die Maschine auch eine App. In dem Fall ist die App wirklich praktisch. Die Menüführung ist interessant, sagen wir es so. Es ist ein bisschen mühsam, durch das Menü zu kommen. Mit der App komme ich zu allen Settings, die ich brauche, schnell hin und kann die entsprechend einstellen. Ich kann vom Filterstatus bis zu natürlich den Dampfpower über die Wassertemperatur über die Programmierung, jede einzelne Taste und On- und Off-Timers alles einstellen. Und das ist schon extrem praktisch, das über eine App zu machen. Und das hat bei mir problemlos funktioniert. Thema ist wie immer, die App will unbedingt GPS-Access haben, wenn ich die Maschine einrichten will. Das will ich nur dazu gesagt haben. Abgesehen davon, funktioniert sie dann problemlos. Ich habe auch wiederholt mich gut einloggen können. Also das können andere Hersteller nicht so sauber. Da bin ich eigentlich ziemlich zufrieden gewesen, wie das funktioniert hat. Aber ich würde sagen, machen wir mal einen Kaffee. Ich habe mir gedacht, für so eine Maschine in einem so wunderbaren Kupferkleid, glaube ich, brauchen wir auch einen entsprechend speziellen Kaffee. Ich habe heute mitgenommen, den Lollo Supreme. Der edelste Kaffee oder einer von den edelsten Kaffees von Lollo. Eine 80-20 Mischung. 80-rabiger, 20-robuster. Nougat in der Tasse. Aber mehr zu dem Kaffee habe ich in meinem Video zum Kaffee gemacht. Das könnt ihr euch hier anschauen. Das habe ich oben reingelinkt und unten auch noch mal reingelinkt. Mit dem Kaffee werden wir das machen. Warum habe ich den genommen? Ein Süditaliener, der braucht eine Maschine, die die Temperatur und den Druck sauber hält. Und ich mag halt schon ein bisschen diesen klassisch italienischen Geschmack von Lollo haben. Und das kann die E61 verdammt gut, weil sie nicht so perfekt ist in der Extraktion. Und das mögen die gerade süditalienischen Kaffees extrem gerne. Schauen wir uns an, was die Maschine aus dem Kaffee zaubert, oder? Und weil wir hier das gut können, habe ich mir gedacht, na, machen wir heute doch einmal einen Espresso und einen Cappuccino, weil der Kaffee auch mit Milch einfach top ist. Entsprechend malen wir mal, machen wir einen Espresso und einen Cappuccino und schauen wir dann, was die Maschine da so drauf hat. Also Bohnen wunderbar dunkel und wunderschön glänzend, genauso wie ich es beim Süditaliener will. Dann malen wir die mal, oder? Da haben wir ihn frisch gemahlen und das duftet immer wunderbar. Ich hatte heute noch nicht viele Kaffees, dementsprechend freue ich mich besonders darauf. Aber bevor wir loslegen, ich sage immer Süditaliener wollen richtig, richtig heiße Tassen. Und das ist was, was ich bei so einer Maschine halt heiß liebe. Wenn ich hier nicht so viel sehe. Ich habe die Wassermenge programmiert und ich kann in jede Tasse wunderschön ein bisschen Wasser rein tun. Das hat für mich den Vorteil, dass ich weiß, dass die Tassen richtig schön heiß werden. Und das ist auch bei der Maschine wichtig, weil sie ist verdammt schnell warm. Also Kaffee kann ich in fünf Minuten machen. Mich schäumen kann ich so in zehn, zwölf Minuten. Das geht wirklich, wirklich zügig. Das ist natürlich auch super dann für ein Büro, Office oder auch für Zuhause-Setting, wo ich dann schnell mir einen Kaffee machen will und nicht ewig auf die Maschine warten muss. Legen wir los. Edelstahl-Siebträger. Ich habe schon vorher gesagt, ich mag es extrem gerne, weil alles so schön sauber bleibt. Es klebt nirgendwo was an. Auch die Dusche ist bei der eine wunderschöne Verteilung. Sie hat eine kleine Schraube, die in der Mitte rauskommt. Also das ist auf jeden Fall anders als zur klassischen E61, die ja keine Schraube in der Mitte hat. Tut dem Kaffee aber keinen Abbruch. Wir müssen auch ehrlich sagen, der Zocker hat auch eine Schraube in der Mitte. Das hat noch nie jemandem gestört. Was man bei der Maschine wirklich sagen muss, ist, dass sie flüsterleise ist. Nichts vibriert, nichts klappert und alles funktioniert einfach. Und das ist etwas, was sehr erfrischend ist bei einer Maschine. Man muss halt auch wissen, wo sie herkommen. Gastro ist eigentlich ihr Ding. Die Maschine müssen performen, performen, performen. Und das kann die auch verdammt gut. Ich habe jetzt schon wirklich viele Kaffees rausgemacht. Ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Jetzt machen wir mal den Kaffee und schauen wir mal, was bei der Maschine so anders ist. Theoretisch, also sind wir ehrlich, wenn alles gut geht, sollte uns ja nichts überraschen. Machen wir einen Espresso und einen Cappuccino. Wunderbar. Ich habe hier eine Präinfusion eingestellt. Die Maschine kann sowohl Präinfusion als auch Pre-Wetting, also einmal mit vollem Pumpendruck und einmal mit deutlich reduzierten Pumpendruck und dann gleich weiter. Das ist die Präinfusion. Die habe ich eingestellt. Dazu natürlich eine Volumetrik, die mir die Menge steuert. Das heißt, ich muss wirklich nicht viel machen. Einspannen, mal gerade und alles schön vorbereiten und die Maschine macht den Rest von alleine. Was wirklich super ist, ist während der Extraktion, ich zeige euch das jetzt hier, habe ich diesen Statusbalken unten und ich sehe, wo ich stehe bei der volumetrischen Steuerung und wann die volumetrische Steuerung aufhören würde. Da kann ich dann auch schnell eingreifen, wenn mir was nicht gefällt. Ich finde das extrem gut, um einen Überblick zu haben, wie weit bin ich jetzt eigentlich. So, da haben wir ihn. Wunderbar, der Kaffee, ganz toll. So, bevor wir den Cappuccino machen, lasst mich hier noch ein Stück probieren. Also, man sieht es hier nicht der absolut perfekt runde Kaffee, sondern ich will bei einem Lollo Supreme so richtig die Nougat Bombe haben. Ich will die Creme haben, ich will den Körper haben, ich will das alles haben und das ist extrem wichtig. Und jetzt tun wir mal eine Runde Milchschäumen und schauen wir uns an, wie das funktioniert, weil das ist bei der Maschine natürlich Bombe. Ausblasen. Fertig. Das waren zwei Cappuccino auf einmal geschäumt. Ist halt eine superschöne Geschichte. Das geht zügig und schnell. Die Darmpflanze ist mega, hat vier Löcher, die in vier Richtungen weggehen. Eigentlich in die Mitte der Kanne und schäumen. Ausblasen. Für mich, was ich heiß liebe, ist der Ausschnitt hier in der Abtropftasse, wo die Darmpflanze reinkommt. Ist so was Kleines, aber wenn ich da arbeite, ist das halt schön. Sogar wenn ich eben keinen Ablauf habe, funktioniert das so verdammt gut und es gibt nichts daneben. Das ist halt eine schöne Geschichte. Wunderbar. Das Tolle bei so einer Maschine ist, ich habe hier wirklich Gastrofeeling, wenn ich mit ihr arbeite. Das ist wie, als würde ich an einer richtig großen zwei- oder dreigruppigen Maschine arbeiten. Das ist alles in einem extrem kompakten Paket. Ich mache mir keine Gedanken darüber, wie, was, oder jetzt warte ich hier, oder muss ich da auf das warten, oder wird es das aushalten? Na, die Maschine, die kann das. Das Limit ist meistens eher der Barista, der davorsteht. Dampfpower ohne Ende. Super konstante Kaffee-Extraktion. Super Bedienung. Also ich meine, die großen Knöpfe, das ist halt wirklich deppensicher in der Hitze des Gefechts, wenn ich schnell einen Kaffee machen muss. Ich weiß genau, wo ich draufdrücken muss. Da würde nichts schief gehen. Alle Knöpfe auch frei zu programmieren, das finde ich extrem angenehm. Und ein Display, wo ich während der Extraktion und danach auch nachvollziehen kann, wo ich dann eigentlich stehe. Dann gucken wir mal noch ein Cappuccino mal. Superfein. Dampf, den ich genau regulieren kann. Ich bin ein großer Fan von den Hebeln. Wenn man schnell arbeiten muss und wenn man schon mal Milch geschraubt hat, weiß man, eigentlich gibt es Vollgas oder kein Gas und vielleicht so die 50% Gas, wie die ich heben kann, ist halt auch praktisch, dass ich ein bisschen die Leistung reduzieren kann. Aber bei den Drehrädern, wo ich immer herumdrehen muss, dann wieder zurückdrehen muss, sowas. Super Geschichte. Funktioniert extrem gut. Und auch das Ergebnis einer Tasse spricht natürlich für sich. Ich habe da klassische italienische Extraktion. Was erwarte ich mir anderes von vor immer, muss ich ehrlich sagen. In einem Paket, das eigentlich für die Gastro gedacht ist, muss man auch ehrlich sagen. Das ist eine Gastro-Maschine, die ich mir zu Hause hinstellen kann, wenn ich sie mir leisten kann und leisten will. Ästhetisch von hinten und von der Seite, aus meiner Sicht, eine Traum-Maschine. Absolut genial. Von vorne vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Wenn man aber weiß, woher diese Brückgruppe hier vorne kommt und wofür sie steht und da geht es eben darum, dass der Kaffee, der unten rauskommt, perfekt ist und das kommt von ihren großen Gastro-Maschinen, dann versteht man, warum das so ausschaut. Ist vielleicht optisch nicht mein Favorite. Aber so im Gesamt-Package kann die Maschine halt richtig zeigen, was da geht und was man sich erwarten kann bei einer Maschine in dieser Preisektion. Das sind alles Funktionen, die ich brauche, die zum Kaffee machen gedacht sind, dass ich kontinuierlich gut Kaffee rausschießen kann. Und dafür ist sie halt gedacht. Wenn ich sage, ich mache jetzt zwei Espresso am Tag, dann fühlt sich diese Maschine so richtig gelangweilt. Also dafür ist sie auf jeden Fall eher nicht gedacht. Wenn ich mir im Büro eine Maschine hinstelle, die durchgehend arbeiten soll und dann immer performen muss, wenn ich will und dann auch von Leuten bedient werden sollte, die vielleicht nicht ihren ganzen Lebtag nur mit Kaffee machen zu bringen, wie ich, dann ist das halt auch die richtige Maschine. Muss ich ehrlich sagen, weil die Power ist handelbar. Ich vergleiche das gerne zum Beispiel mit einer Linear Mini. Das wäre so ziemlich genau das Gegenteil. Wir sind hier in ähnlichen Preisekonnen unterwegs, obwohl die schon in die GS3-Richtung abdriftet. Aber die Linear Mini hat eine so hohe Flowrate, die ist relativ schwer, Hand zu haben. Das heißt, ich muss sauber arbeiten. Ich muss schauen, dass alles immer trocken ist. Alles muss immer perfekt passen. Das ist bei der Maschine halt wirklich einfach. Es funktioniert einfach immer gut. Sie verzeiht relativ viel und extra hier trotzdem wie eine Königin. Man darf nicht vergessen, das ist extrem wichtig. Und gerade in Settings wie einem Studio, einem Büro oder auch eine Großfamilie zu Hause, wo ich sage, ich möchte viele Kaffees hintereinander rausschießen, ist das halt das richtige Ding. Das kann sie wirklich gut und zaubert mir jeden Tag ein Lächeln aufs Gesicht. Ich habe es jetzt eine Woche hier gehabt und jeden Morgen damit mal ein paar Kaffees gemacht. Und ich muss sagen, happy feelings. Wirklich gute Ergebnisse, immer konstant. Ich gehe hin, drücke den Knopf, der Kaffee kommt raus und halte im richtigen Moment auf. Es klingt so einfach und ihr denkt euch, naja, das können ja viele Maschinen. Ich kann euch sagen, das können so gut nicht viele Maschinen und dass es dann in der Tasse auch so schmeckt und wirklich das rausholt, was für mich für immer ist, klassische italienische Extraktion. Ohne viel Tamtam, aber mit der Möglichkeit, ein bisschen Tamtam zu machen. Also Pre-Infusion, Pre-Wetting, genaueste Temperaturkontrolle, Volumetrik dabei. Das Tamtam dazu und dann gutes Ergebnis in der Tasse. Das macht mich glücklich als italienischen Kaffee-Liebhaber. Und das kann die Maschine absolut spitzenmäßig. Sie ist schnell warm, steht eigentlich gut da und ist ziemlich kompakt für das, was sie bietet. Vor allem, wenn man weiß, diese Brückgruppe kommt aus einer großen, zweigruppigen Maschine oder dreigruppigen Maschine, ist das eine Mikro-Maschine im Vergleich. Und bevor ich es vergesse, aber wie jede gute Gastro-Maschine hat sie natürlich auch ein automatisches Reinigungsprogramm. Und das ist wirklich praktisch, wenn wir jetzt reden von einer Maschine in einem Büro-Studio-Setting. Reinigungspulver rein, Anleitungen am Display folgen. Nach so ungefähr fünf Minuten ist das Ding vorbei. Ich habe hier ein Video mit aufgezeichnet, was da so passiert. Siebträger ausspannen, spült selber durch, fertig. Und das ist das alles erledigt, was ich am Ende von jedem Tag machen sollte, wenn ich viele Kaffees gemacht habe, wo für die Maschine ja gedacht ist. Super praktisch. Also das war die Faimina von Faima, die kleine Heimmaschine von Faima. Klein, relativ, auf jeden Fall der feuchte Traum der meisten Kaffee-Liebhaber. Auch von mir muss ich sagen, ganz ein tolles Ding. Super Extraktion, um es zusammenzufassen. Super Extraktion, klassisch italienisch. Ein weiterer Schritt weg von der E61. Also wir sind da technisch deutlich weitergegangen. Eine Maschine, wo nichts klappert, die leise läuft, perfekt extrahiert, aber handelbar ist und einen nicht überfordert mit dem, was sie macht. Und ich muss mich vielmals bedanken bei den Burschen von La Cultura del Café, die uns dieser Maschine geborgt haben. Die machen den Vertrieb von Faima in Österreich. Danke vielmals, Markus. Dass wir die mal probieren konnten und uns auch ein Bild machen konnten, was diese Maschine hier leisten kann und wo sie halt auch gut hinpassen würde. Weil ich kann das mir richtig gut vorstellen in einem Büro oder auch sogar in einem kleinen Geschäftscafé, wo ich sage, ich möchte immer gut schnell Kaffee rausschießen, ohne aber dann vom Kaffee machen abgelenkt zu werden. Und ich finde, das ist sicher einer von den Hauptpunkten hier. Durch die Volumetric, die aber auch wirklich verlässlich gut funktioniert, durch eine sehr gut nachvollziehbare Workflow, habe ich eine Maschine, die ich nebenbei bedienen kann und damit Ergebnisse kriege, als hätte ich mich voll und ganz nur darauf konzentriert. Und das schätze ich an dieser Maschine wirklich. Und sie macht optisch auch was her. Gerade von der Seite von hinten schaut sie bombenmäßig gut aus. Danke. Ich bin der Philipp von Vettore und das war die Faimaina. Ich bin der Philipp von Vettore und das war die Faimaina. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020